Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen verrückten Fortnite-Video. Heute, nach so langer Zeit, ist es endlich wieder soweit. Wir werden wieder Skin-Contest-Stream snipen. Das Ganze machen wir diesmal allerdings mit einer Besonderheit, denn anstatt, dass wir uns krasse Skins raussuchen und damit antreten, nehmen wir einfach den Mystique-Skin und übernehmen damit die Skins unserer Mitspieler. Ich sag euch, das Ganze ist einfach super krass verrückt geworden und total eskaliert. Ey, sowas hätte ich mir nicht mal im Traum ausmalen können. Wenn dir das Ganze gefällt und du mehr davon sehen willst, dann lass jetzt einfach kostenlos ein Like und ein Abo da und trag gerne meinen Twitter-Code Wannabe im Item-Shop ein. Here we go, Freunde. Ich erkläre euch mal kurz die Story. Unser Admin-Luki ist hingegangen und wollte heute einfach einen Skin-Contest machen. Und ich hab mir gedacht, das ist noch eine gute Möglichkeit, ein bisschen Unfug zu machen. Deswegen hab ich einen anderen Account genommen. Die sind alle schon drin und werden gleich starten. Und ich krieg so das Passwort mit und kann mit Braxis einfach in die Runde reingehen. Okay, Bro, ich hoffe, du bist ready. Ich bin jetzt im Discord drin. Du rüstest jetzt genauso wie ich einfach den Mystique-Skin aus. Achtet drauf, dass wir keinen Backbling haben. Und dann wird die Show gleich starten. Let's go! Also für alle, der Code ist auf Europa gestellt. Luki1 Solo. Hast du gehört? Er ist drin! Ja, er ist drin. Der Code ist Luki1. Äh, Luki? Hast du gehört? Luki1, ja. Luki1. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ist er drin? Boah, es sind 12 drin. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Für dich ist jetzt auch Schweigepflicht. Okay. Let's go, let's go, let's go. Weißt du, was das geil ist? Er ist schon getriggert, Digga. Er ist jetzt schon getriggert. Er ist richtig getriggert. Will da jemand gebannt werden, wer den Code in Chatroom schreibt? Er ist so getriggert. Er hat go gedrückt. Es geht los, Bro. Ja. Es geht los. Also wir werden, ich suche mir den besten Skin aus. Ich schwor, weil es... Ich muss mal gucken, welche Skins es hier gibt. Ja, ja, ja. Ich spiele tatsächlich Honor Guard Skin. Er ist der Honor Guard. Stell dir vor, du knallst ihn nachher weg. Irgendwann bist du der Honor Guard. Äh, Stauwerk. Sollte euch allen was sagen. Stauwerk? Staudamm meinte er gleich. Staudamm meinte er doch. Ist so los. Cap, ab zum Staudamm. Du weißt, was wir machen? Let's go. Ich hoffe, wir müssen uns natürlich alle aufstellen. Guck mal, warum geiert er hier auf Waffen? Ich glaube, ich hole jetzt irgendeinen. Ich glaube, ich hole jetzt irgendeinen. Bro, wenn hier einer ist, ich klatsche ihn weg. Hol dir auch einen. Bist du bei mir? Ja, ich weiß, wo du bist. Egal, ich gehe jetzt kein Risiko. Ich hole mir jetzt einfach einen. Das ist aber keine Waffe. Ich schieße mich schon. Ich wollte einen killen. Er hat es abgewehrt. Ich habe ihn. Ey, mein Name steht da. Nein, nein, warte. Warum steht mein Name da? Hast du ihn auch gesehen? Bei mir steht anonym. Okay, okay, okay. Hä, hier ist noch einer gestorben. Ist Lukiks tot? Ich weiß nicht. Ist Lukiks tot? Lukiks tot? Aber kein... Warte, ich muss mal hören. Ist der tot? Der ist nicht tot, oder? Also ich bin jetzt nicht mehr. Ich habe mich verwandelt, Digga. Wer bist du denn? Ich bin der mit den Flügeln. Ich habe die Flash, Spitzhacken. Nein, er lebt noch. Er lebt noch. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Moin. So, dass er da mit dem Auto gerade kommt. Digga, Alter, was passiert hier? Ey, mich hat er da weggeschossen. Das ist furchtbar. Bro, ich habe mich zurückverwandelt. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Was ist hier passiert? Ey, was macht der? Was fahrt denn dann? Killst du alle? Hä, wer sind diese anonymen Typen? Wer ist das? Hä, wer fährt denn hier alle tot? Was ist das? Wer fährt einfach alle plat? Ich habe ihn getötet, ich habe ihn getötet. Holy shit, was war das? Er ist schon tot. Ich habe den schon getötet. Ich habe seinen Skin, ne? Hast du? Ich habe seinen Skin. Ja, ja, der, der alle überfahren hat. Galaxy-Schmutz. Oh, bitte nicht. Ah, Backbling. Filt die Runde, lasse ich durch. Oh Gott, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich habe den hässlichsten Skin von allen hier. Ah, der Skin geht eigentlich auch gut. Das Rücken, das war der Schläger, erinnert mich an Braxis. Weiter. Und ich, 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 ich. Bin ich weiter? Weiter. Ich weiß nicht, wie der Skin heißt. Ich bin dran, ich bin dran. Also, du. Ich bin jetzt den ersten. Also, so wirklich, die Pig-Expasst überhaupt nicht zusammen. Was? Ich bin tot. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Richtig ekelhaft. Richtig ekelhaft. Let's go. Oha. Was für ein Kobi, Digga. G, warte, wer bin ich? Ich will wissen, wer ich bin, Digga. Du bist jetzt Luke-Kicks. Du bist? Oha, gut, super. Gute Runde, gute Runde. Warte, ist er sauer? Ist er sauer? Warte, warte, warte. Ist er sauer? Warte, warte. Ich bin halt einfach nicht mal lustig. Ich fand es jetzt schon ziemlich lustig. Wir machen das jetzt so. Wenn du die erste Runde schaffst, wer von uns weiterkommt, der kriegt einen Zehner. Zehner. Ja, okay, okay. Okay, dann ist das spannender. Eigentlich müssten wir eh nach jeder Runde uns einen neuen holen, ne? Ja, ich habe mir direkt einen Fußball-Skin geholt. Ich aber nicht, war schon tot. Ich will jetzt den Wohnwagen hier, aber da geht einer runter, der gönnt sich die Waffe. Warum macht der so was? Ey, die sind so ehrenlos, ne? Oh, ich weiß, wen ich nehme, Digga. Die gehen alle hin und looten, die Waffen. Ich glaube, ich hole mir jetzt schon einen Skin, Digga. Ich bin so ehrengekler. Ich habe ihn gegrillt. Ich bin weiter, ich schluss, ich bin weiter. Digga, ich habe auch einen. Ich bin noch nicht verwandelt. Warte. Das bin ich, das bin ich. Wo bist du? Das bist du? Das bin ich, das bin ich. Guck mal, jetzt ich. Guck mal, ich. Der muss da weiterkommen, Digga. Guck mal hier. Boah, stark. Das ist ein Zehner. Aber die Spitzhacke passt halt, glaube ich, nicht. Pass auf, wo bist du? Warum gehst du vor mich? Weil ich, das entscheidet sich um einen Zehner, Digga. Das ist so eklig. Ekelhaft. Also das passt. Guck mal hier. Ich habe die Blitzhacke und ich habe diese Blitze an meinem Körper dran. Also wenn das nicht passt, weiß ich auch nicht. Die Frage ist, bin ich weiter? Das stimmt, ich würde dich auch weiterlassen, weil der Skin ist einfach voll Baba. Ja, richtig geil, Digga. Die Kugel hinten. Aber eigentlich ist das erstanden. Ich habe nur Angst, dass ich mich verwandelt. Ich auch. Kann man das nicht nochmal machen, dass man es verstärkt? Was macht der denn? Oh, ich habe mich verwandelt. Der Umhang ist einfach, boah, ich weiß gar nicht, welches Set das ist, aber extrem geiles Set. Nein, Bruder, jetzt werde ich verwandelt. So eine Kacke lässt er weiter? Ich will die ganze Zeit für ein Geräusch. Ey, warum hackt der mich? Er weiß es, er will schnitzen. Der hat mich gehackt. Er will schnitzen, ja. Okay, ich sage, wenn der weiterkommt, das wird mein nächstes Kind werden. Ey, guck mal, dieser 31er, er geht einfach auf die andere Seite. Ich würde auch sagen, pass. Das kann doch nicht sein. Nein, du hast einen Bananen, Spitzhacke. Passt auch. Wobei, ja. Oh, oh. Oh, oh. Die machen ein Auge auf mich, Bro. Die machen alle Auge auf mich. Komm, komm, komm. Nein, das hält noch ein bisschen, oder? Gut ausgewählt. Du verwandelt dich. Ich schwöre, du verwandelt dich. Ich weiß nicht, ob es für die nächste Runde reicht, aber komm. Ich schwöre, du verwandelt dich. Nein, ich schwöre nicht dem. Na, passt meiner Meinung nach. Yes. Nicht ganz so, aber komm. Nicht ganz. Ey, wollt mich schon wieder aufbringen? Oha. Wer ist denn? Bro, wo ist der? Wo ist der Aero Skin? Ich wollte eigentlich diesen, den ihr wollt nicht eigentlich haben. Oder? Wen, 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 komm mal her. Wen, wen, wen. Ich wollte den hier haben. Ich kann nicht, ich kann jetzt nicht. Ich wollte sie haben. Du hackst ihn tot, Digga. Ey. Ich brauche auch einen 9. Die haben alle geguckt. Die haben alle geguckt. Die haben alle geguckt. Das nützchen auf einen den nicht. Ich brauche einen 9, der wollte mich gerade nicht weiterlassen. Ich brauche einen 9. Ich muss jetzt einfach was machen. Ich werde den jetzt einfach hier wegratzen. Ja, es geht nochmal. Egal, es ist mir egal. Oh nein. Oh Gott, habt ihr das gehört? Er hat es gesehen. Er kommt sofort zu mir. Nein, hat er es gesehen? Ich weiß nicht. Die machen ein Auge auf mich. Die machen ein brutal Auge auf mich. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin der Drift Skin. Wo bist du? Welcher Drift? Ich bin der Drift Skin? Du bist der vor mir. Ach der bist du. Ich konnte keinen anderen nehmen. Die machen einfach direkt weiter. Warum macht er das denn schon? immer wieder so los? Du musst dich verwandeln. Was machst du? Ja, ich kann gerade nicht. Der wird dich umbringen. Ja gut, geht durch. Der soll dich umbringen. Okay, let's go. Durch mit dir. Was? Aber ich. Ich. Ich auch? Ich habe ich leider schon mal gesehen. Ist das dein Ernst? Hallo. Ich hole den Zähler. Willst du mich verarschen? Ich muss dir noch irgendein Skin nehmen. Hier ist der Rote, ne? Hier nimm den roten, Bruder. Das ist aber auch mir das, ne? Nimm den. Nimm den roten. Soll ich? Ja, aber brauchst du eine Waffe? Er hat eine Waffe. Brauchst du eine Waffe? Okay, zieh durch. Oh, rein. Gut, 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 gut. Okay. Er macht glaube ich weiter. Du musst dir nur kurz vor dem Dinosaurier fliehen. So, und da fährt einer mit dem LKW weg. Der wird uns gleich alle umbringen. Warte ich mal eben aus. Oha, ich habe es doch gesagt, er kommt wieder. Er fährt mit dem Auto durch. Nicht bestanden. Lässt er mich weiter? Lässt er mich weiter? Lässt er mich weiter, oder? Oh Gott, ich konnte nicht anmachen. Ich bin weitergekommen. Let's go, das ist die Hauptsache. Ich habe jetzt die ganze Zeit Schiss, dass dieser eine... Ja, schade, dass ich nichts sehen kann. Ja. Fühl ich übel. Ich habe auch Angst, dass er mit dem LKW wiederkommt. Ich hoffe, dass wir gleich mal weitergehen, wenn die durch sind. Ey, du brauchst mir das den goldenen. Kann wir jetzt mal weitergehen? Was hat der gelabert? Okay, wir gehen weiter. Jetzt ist Showtime, Baby. Jetzt ist deine Showtime. Du musst immer eine Wand davor bauen und nicht töten. Ja, okay, okay, okay. Oder soll ich den Flabberkopf eben wegballern? Mach mal zu viel Auge. Mach, mach ihn, mach ihn. Nee, aber ich will nichts sagen. Ich will, guck dann, ey. Aber guck mal, warum macht das so Auge? Er muss weg, ich kann nichts anderes machen. Ich muss ihn killen. Aber wie gesagt, das ist ein... Komm her, komm her. Oh Gott, oh Gott. Das war keine gute Idee. Das war's. Bruder. Ich bin tot. Nein, ich bin doch nicht tot. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Alles geklärt, alles easy. Labberback ist weg. Der hat zu viel Auge gemacht. Wie kann ich den Typen killen? Du hast keinen AP, du hast keinen AP. Er wird dich wegfetzen. Er wird dich wegfetzen. Ich hole mir den. Ich schaffe das, ich bin heftig. Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht hilft dir die Banane auf ihre. Ja, ja, wahrscheinlich. Jo, Bruder, du bist super, das ist wirklich die Probleme. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Jetzt hab ich den Master Skin. Ich hab den Big Bambaboo Skin. Guck mal jetzt, guck mal diesen Big Bambaboo Skin. Auch er denkt sich grad so, äh, den gibt's doch gar nicht im Fortnite. Für Fortnite. Ich glaub, Luki wird den so hässlich finden. Ach Quatsch, er muss positiv denken. Er wird den richtig geil finden. Das Foto bringt aber, glaub ich, eher weniger Danke, weil die sich ja eh die ganze Zeit schützig verwandeln. Ja, komm. Wir haben doch voll hässliche Dancers. Pass durch, Aura. Komm, der lässt jeden durch, die hässlichsten Skins. Weil ich, ich hoffe. Ja, ja, geht's ja. Ja, gut. Hab ich denn noch gewusst? Ja, das ist echt lost, Digga. Aber ich brauch irgendwas, was mit dem Skin passt. Ja, gut. Ich hab nix, das passt nicht. Nein, 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 das ist schlecht. Ich bin mal für den dir. Baum, lass mich durch. Weg, jetzt, ich bin dran. Danke. Lass mich durch, lass mich durch. Lass mich durch, komm. Boah, let's go. Let's go. So weit war ich noch nie. Er will, dass du es machst. Er will, dass du es noch machst. Nein, ich hab ein great time. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Bin ich jetzt eher geworden? Nee, kann ich gar nicht. Jetzt, 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 jetzt. Nein, ich hab ein great time. Scheiße. Egal, egal, das ist auch so auffällig. Ich find den Blauen richtig nice. Blauen ist echt nice. Aber der, weißt du, das ist so ein korrekter. Ja, okay, lass mich. Bye. Ach, jetzt ist eh egal. Ich bin eh voll ehrenlos. Ich hol mir den jetzt einfach. Auch rein. Boah, ist eine Platte. Boah, der ist sofort gestorben. Richtig. Fang du gleich an. Was? Was? Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Einmal tanzen. Ey, er macht das. Er macht das. Und jetzt in den Spray-Mode. Er hat deine Idee geklaut. Äh, wieder tanzen. Spray-Emote? Ich hab kein Spray. Das war wohl nicht. Digga, ich hab kein Spray. Guck mal, der sieht aus wie ich, ne? So schlecht. Hallöchen. Boah, ich verletze mich weiter. Bitte einmal in die Reihe. Ja, ja, ja. Geh einfach durch und dritte den anderen. Ey. Hallo. In die Reihe, nicht außerhalb. Ich kann mich nicht mehr verwandeln. Rainer, du bist auf der Seite 8 oder so. Geh durch. Geh durch. Oh, ich hab ne Waffe für die Hand genug. Du bist auf der Seite 8. Alles recht zu lang. Ich hab Probleme. Jetzt. Geh durch. Auch wenn ich nicht weiß, von wo du kommst. Du hast geworfen. Oh mein Gott. Ey, was macht der denn? Okay, das reicht. Das reicht. Du bist tot, Junge. Er ist sowas von tot. Ich werd den von allen anderen jetzt fertig machen. Mir egal. Warte, der. Oh, tschüss. Oh mein Gott. Sind die alle runtergefallen? Ah, ja. Der ist mir drunter. So ein ekelhafter. Was geschieht dir so recht? Schön, wenn da einer runtergefallen ist. Mein Problem. Eure schuld. Hier. Warte, ich hab nichts mit Spray. Ja, tanz. Warte, 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 warte. Ja, geh durch. Ja, hm, ja. Was? Er lass mich durch, ich bin so kacke. Ist eskaliert wieder. Was soll das? Aber er hat mich durchgelassen. Er ist so lost. Sag mir neuen Skin, Digi. Ich hab zwar wenig HP, aber ich muss wechseln. Mehr möchte ich nicht. Ich möchte einfach nicht, dass noch jemand getötet wird. Er hat ein Auge noch auf mich gemacht. Ich hab einen gekillt. Hä? War ja klar. Ich hab ihn nicht gekillt. Ich war das gar nicht. So ist... Skin Skin einfach nehmen. Oh, ich bin tot. Das war ein Fehler. Das war richtig ein Fehler. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wenn deine Waffe hat, bist du tot. Ich bin tot. Du musst dich schnell verwandeln. Ich muss weg. Du musst dich schnell verwandeln. Oh, oh. Das hat nicht geklappt. Ich muss mich echt verwandeln. Ich verwandle mich hier drunter. I'm under the water. Nein. Bleib einfach nicht ganz hell da drunter. Vielleicht gewinnst du die Runde. Ja, aber ich hab... Was macht der denn hier? Hä? Der will sterben, glaube ich. Yo, der will dich hacken. Du bist tot. Der hat's gesehen, aber er hat nichts gemacht. Das war's, Bruder. Ich glaube, ich bin tot. Das war eine schöne Zeit. Ja, ja. Hey, wer hat mich denn? Ein anderer muss sterben. Kommt runter. Alle in die Reihe. Ich bin tot. Ich bin tot, oder? Computer sagt nein. Warum lassen die sich nicht in Ruhe? Ich weiß es nicht. Die haben es gesehen, glaube ich. Du musst unter Wasser, die ich dann... Ich muss nach vorne. Ich muss nach vorne zu Luke X. Aber ich hab nur noch 10 AP. Reihe aus Reihe. Ja, soll ich jetzt eine Angel holen? Und der hat Diskin, kannst du jetzt angeln? Ey. Also das ist das Einzige. Nein. Reihe. Oh mein Gott, er hat die Waffe nicht gesehen. Der ist so dumm, ne? Er hat die Waffe nicht gesehen. Er ist so dumm. Der ist auch schon wieder Waffen. Es ist so zum... Doch, er hat's gesehen. Er weiß, du angelst nur. Er soll mal angeln lassen auf Korrekt. Ja, angeln. Ja. Angeln kannst du... Los, zieh raus. Schau mal, stell dich doch einfach da hinten hin. Ja, ich hab doch nur 10 AP. Was soll ich denn machen? Das wäre doch schon einfach da. Die werden mich so töten. Die werden mich töten. Danke, reicht, reicht, reicht. Und jetzt weiter. Die werden mich so töten. Ey, Angel, die. Was willst du provozieren? Wir sind schon viel zu viel. Mal raus. Nein, nein, nein. Ich brauch erst einen Fisch oder so. Ich wollte nicht. Warte, ich muss mich erst verwandeln. Ja, gut. Passt. Tschüss, geh durch. Will ich mich gar nicht weiter anschauen. Geh durch. Komm, lass mich weiter. Ja, auch. Yes, let's go, Digga. Let's go. Ey, yo, wenn du das schaffst, aber mittlerweile jetzt müsste dich doch einer killen, Alter. Das kann doch nicht sein. In der Zone geht nicht. Es wird nicht klar gehen, wir in der Zone. Ich mach nichts. Komm, komm, komm. Du sollst nicht in der Zone sterben. Warte. Ja, ja. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Ich hab sogar nichts gemacht. Oh mein Gott. Und dann noch die Waffe vor mir. Kommst du. Ist das so schlecht? Warte, ich dropp ihm alles. Ich dropp ihm alles. Ja, ja, ja. Ich glaub, ich soll das heißen. Ich gebe ich nicht. Wenn du es überlebst, dann... Nein. Ey, ich hab's überlebt. Ist mir egal. Der ist so lost, Digga. Du hast es überlebt. Oh mein Gott. Es sind nur noch zwei Leute. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich würde sagen... Der ist so schlecht. Ey, kommt mal in die Zone. Ey, ist so schlecht, Digga. Aber warte, das hab ich eben schon gebaut. Ey, ich denk, Digga, 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 was hat denn? Okay, jetzt das war zu low. Das ist geil. Die Zuschauer entscheiden. Jo, wenn du das jetzt gewinnt, ne? Kommt mal hier ein bisschen vor. Sonst kann ich euch ja nicht den Chat präsentieren. Eins, bei dem ich jetzt gerade stehe. Oder zwei. Deiner ist hässlich. Meiner ist geil. Komm mal hier, Digga. Zone, Zone, Zone. Kommt, kommt, kommt. Ihr sollt ja nicht an der Zone frecken. Eins. Boah, alle Spam eins. Wer ist denn eins? Bin ich eins? Nein. Er muss sich beeilen. Sieht nicht gut aus, wirklich. Liefer was. Liefer was. Er muss sich beeilen. Hast du gewonnen? Solltest du... Ich muss das machen. Das war nicht in der Sinne der Sache. Aber du hast... Oh mein Gott. Ich hätte das verloren, Digga. Ich musste das machen. Oh mein Gott. In wie viele Skits habe ich mich verwandelt, bitte? Du solltest was abliefern, aber... Oh shit. So doch nicht. Er hat gesagt, ich soll abliefern. So Leute, ich mach dir jetzt den Endcut. Willst du noch was sagen, Bruder? Nee, eigentlich nicht. Alles klar, Leute. Wir sehen uns. Lasst ein Like da. Ciao. Wow. Was für eine verrückte Runde. Das war sicherlich eine der ehrenlosesten Aktionen, die es je gegeben hat. Du bist ein Cheater. Wer sagt das? Ja, Freunde. Das war es auf jeden Fall vom Video. Keine Ahnung, ob wir das Ganze auflösen werden. Wahrscheinlich eher nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.